Die Mission ist geschafft. das kann die meldung das war der interesse und dann kriegen wir das teilweise wieder ein bisschen geld wenn ich doch rechne was ich da platonien bezahlt habe das ist doch nicht dolle aber je länger du fahren lässt umso höher werden die kosten für den helfer selber fahren in diesem sinne dauert zu lange wenn sie nach karavane erfährst du das ist doch nicht mehr lustig wenn der gepackten blumenkraut auch gemäht wird bei mit gras würde ich keine kompräquenzen sind seltsamlich ja die kräuter normalerweise mit gras sind ja normal damit kämpft kein menschen das man hier auf fressen so wie man sieht die aussaat läuft noch auffeld 1 so gleich hier aus dem zeug schon bald press ist auch schon mittlerweile wieder sauber so jetzt rückzahl 0 hast du was drin aber nicht dass ich es das war aber zu wenig junge sie hätten nur das geld bezahlt was drin ist und der rest naja der taugt ja nicht hin da muss ich mal kurz gucken was ich gekriegt habe das sind die 41.000 werden die vier verkaufte ballen 77 mit kostenfahrzeuge 17.600 neue fahrzeuge kredite noch keine mehr sonst dünge und zwar viel so viel gewinnen das man nicht gemacht was ich rechne was ich für Dünger ausgegeben habe und für Sargut hätte man vielleicht ohne Dünger machen sollen ohne Dünger es klappt es klappt so ist elgerlich so ist etwas so ist das das macht ein alles total bis hier oben bringt nichts So, jetzt kommt es weiter. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt fahren wir mal Rapser kaufen. Okay. 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 Jetzt sind es reif. 10 ist reif. Geht zur kreif. Und情rede in der Nummer fällt, zu einer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, beiden Arbeiten machen, 100x1000, das wird nur noch ganz reich, das soll ja noch nicht mehr reich. Jetzt sind wir am Acker, aber das ist ja im Moment eher oft. Und die Folge wird zu Ende. Jetzt sagen wir mal auf Wiedersehen, ob was hat euch gefallen, über ein Like würde mich freuen, auch beim Abo. Jetzt sagen wir mal danke für die Viertel. Wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.